Ich bin Michael Kostetzer. Ich bin 23 Jahre alt. Ich arbeite beim Kirchenmann als Anlagenbauinstallateur im Bereich Technik. Wir installieren Projekte im Bereich Audio-Video. Dementsprechend laden wir meistens am Morgen Material ein, mit einem Projektleiter kurz schliessen und die Projekte anschauen. Zum Kunden fahren, installieren, in Betriebnahme machen und schlussendlich übergehen mit dem Kunden. In einer Freizeit mache ich Street Art. Ich liebe es einfach, die kreative Welt mit den Farben auszuleben, mit den Spraydosen Bilder zu kreieren. Das ist einfach ein toller Ausgleich zur Technik, die alles wie schon genormt und vorgegeben ist. Hier einfach die Kreativität freien Lauf zu lassen. Ich schätze besonders den kollegialen Umgang und direkt direkt persönlichen Umgang miteinander. Zudem haben wir natürlich auch relativ oft Firmen-Events, wie zum Beispiel ein feines Essen, das das Ganze verstärkt. Für den Kirchenmann zu arbeiten ist so ein Vorteil, wenn man eine technische Grundausbildung hat. Wir nehmen aber auch Quereinsteiger, die einfach Interesse zeigen im Bereich Anfall-Videotechnik. Bist du auf der Suche nach einer neuen Herausforderung als Techniker? Dann melde dich doch bei uns beim Kirchenmann an. Wir freuen uns auf dich! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!